Eins, zwei, drei... Betty LaMega! Die kleine Stadt Marburg lockt viele Leute an Und heute Abend ist Tanjas Familie dran Sie haben den ganzen Tag gegessen Und jetzt sitzen sie hier Siehst du mir ruhig erzählen, was hat sie gekauft? Wir verbringen jetzt so die nächsten acht langen Stunden Wo bist du denn von Richtung? San Diego, Kalifornien Sie lädt Leute hierhin ein Die wollen jetzt ein Ehepaar sein Das ist Ramira Ramihal Djalala auf jeden Fall Die Flitterwochenstart Und die Flitter, die das eine Seufdrat